Wie viele OG-Skins habt ihr? Ich will auch OG-Skins. Ihr habt so Glück. Ich bin 97. Du kannst auch weitergeben. Soll ich dir einen Skin schenken? Ja, aber ich würde mich dir empfehlen, dann hab ich einen Skin. Wenn du die heutige Challenge nicht schaffst, wird morgen dein Fortnite-Account gebannt. Du hast 5 Sekunden Zeit, das Video mit deiner Nase zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Falls du es geschafft hast, schreib es doch in die Kommentare. Was geht ab, Mann, Community? Ich bin gerade bei einem Streamer drin, der ist selber ein No-Skin und veranstaltet einen Skin-Contest. Und das Thema ist OG, aber der Arme, der hat keinen Skin. Wir haben Thema OG-Skins und alle landen im Pleasant Park. Jeder soll Metz-Farm, keiner darf Waffen benutzen, sonst seid ihr ebenlos. Nur wenn einer eine Pump findet, soll er mir die gleich droppen. Der ist so süß, wir werden den Stream snipen, wir werden ihn jetzt ein bisschen ärgern. Das ist zwar ein bisschen ehrenlos, aber ich werde dem danach einen Skin schenken. Ich habe ihn jetzt gerade nicht als Freund, aber ich werde ihm eine Pay-Safe-Karte geben. Da kann er sich ein Skin aus dem Shop kaufen. Machen wir ihm auf jeden Fall die Freude. So, Leute, es geht auch direkt los. Schaut mal, wir haben hier einen Renegade dabei. Ein Goo Trooper, ein School Trooper. Da hinten ist auch noch ein School, da hinten ist auch noch ein Renegade. Bei uns läuft man. Das Lustige ist, er ist selbst ein No-Skin und es machen OGs mit. Schaut mal, wie die Jungs ihn einfach nur feiern. Wir alle stehen auf der Seite des No-Skins und ich mache jetzt den ehrenlos und stream-Snipe den jetzt. Aber ich schenke dem was. Ich schenke dem ein Skin. Deswegen, sag nicht, Buriman, das war so gemein, was du gemacht hast. Bei mir bist du leider ein No-Skin. Es tut mir leid. Also ein Skin lädt nicht. Der hat den OG Skull Trooper getötet. Oh. Der Goo Trooper, was sagt er zu ihm? Richtig guter OG-Skin. Du kannst auch sehr, du kannst auch weitergehen. Gut, Trooper, passt alles. Der Renegade-Hacke voll gut. Du bist auch leider bei mir ein No-Skin. Weil, ja, deswegen muss ich leider töten. Der Iconic ist auch ein No-Skin. Der No-Skin tötenst deinen No-Skin. Oh. Falsch, Stimt Trooper. Du kannst auch sofort weitergehen. Jawohl, Digga. Den hätt ich auch sofort weitergelassen. Renegade sieht der auch. Ich hoffe, er sieht mein Skin. Muss man nicht überleben. Geh einfach sofort weiter. Ah, muss man nicht überlegen. Oh, mit dem Emote, Digga. Zu wild. Den kann man nicht mehr bekommen. Aber ich finde, den haben viele. Deswegen ist es zu mir leid. Das ist ein Trich-Bri-Skin, Freunde. War... Ah. Lila Skull Trooper. Oh, die Skull Trooper. Passend. Die Rücknaxis war es zu deinem Skin. Aber trotzdem, du bist auch OG. Geh weiter. Der war im Shop, deswegen leider muss ich dich töten. Renegade? Oh mein Gott, jetzt wird's spannend. Muss man nicht reden. Geh nach oben. Ihr alle seid ja voll gut. Ich hoffe, der sieht mein Skin. Oh. Wieder. Wie viele OG-Skins habt ihr? Ich will auch OG-Skins. Ihr habt so Glück. Ich bin season 19 wieder. Du kannst auch weitergehen. Oh mein Gott, Freunde. Wir sind auch weiter. Jawohl. Der arme, der sagt, der braucht unbedingt auch einen Skin. Den kaufen wir auf jeden Fall einen Skin, Freunde. Ist doch jemand. Nein. Nachdem wir den Stream-Snipe da haben, Freunde. Okay, jetzt machen wir Sprays. Mal schauen, wie es sein wird, wenn er sauer wird. Und wie er sich dann plötzlich freuen wird, wenn wir ihn ein Skin kaufen. Da würde ich mich schon mega freuen. Ich werde sterben, Leute. So, Zone kommt. 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 Lass wir in die Zone gehen. So viele OG-Skins am Start. Oh, nächste Zone kommt direkt wieder. Die nächste Zone kommt auch direkt wieder. Da ist der Ben. Wir töten ihn einfach. Oh, ich hasse dieses Stream-Sniper. Wer ist das? You're crazy. Immer diese Stream-Sniper. Die regen so auf. Könnt ihr nichts Besseres außer Stream-Snipern, Stream-Snipern. Das nervt voll. Das ist der Rage. Ihr hattet so gute Skins. Und das ist auch noch so ein Renegade Raider. Ey, der Junge hört sich so süß an, Mann. Ich mache noch ein paar Runden. Wenn der es nur weiter zu stecken, dann will ich den Stream. Aber der würde sich umso mehr freuen, wenn er von mir ein Skin geschenkt bekommt. Wir gehen direkt in seine nächste Runde rein. Und mal schauen, was das nächste Thema ist. Leute, die OG-Skins, die waren voll gut. Hoffentlich sind die süßen Skins auch gut. Und bitte, diese Runde ist kein Stream-Sniper. Wir landen alle Frenzy-Farms. Bitte, Stream-Snipern ist eben los. Kommt ihr, es geht direkt weiter. Leute, der Kleine ist so mega süß. Lasst uns den auch auf jeden Fall eine Freude bereiten. Ich werde seinen Kanal verlinken. Und ich möchte, dass ihr alle bei ihm auf jeden Fall vorbeischaut. Und ein Abo-Drop, nachdem ihr dieses Video zu Ende geschaut habt. Ich werde nach dieser Runde meinen Haupt-Account reinstellen. Wer schießt runter? Oh nein, da schießt schon irgendeiner runter. Wer schießt? Wer schießt, Leute? Ja, nee, ich bin nicht der Einzige. Ja, nee, ich bin nicht der Einzige, Jungs. Irgendjemand schießt das. Okay, Freunde, es geht jetzt los. Da ist der No-Skin. Du bist jetzt ein OG-Skin. Du hast einen süßen Rücken-Ax zwar, diesen Pick-Ax. Aber das passt nicht zu deinem Skin. Dein Skin sieht böse aus. Deswegen muss ich dich leider töten. Das tut mir leid. Der OG-Skull sieht böse aus. Deswegen musst du dann ihn töten. Der nächste, pinke Teddy-Bear. Das ist so süß, wie das erklärt. Du bist süß. Ich finde dich richtig süß. Er findet ihn richtig süß, okay. Dein Pick-Ax ist auch süß, aber dein Rücken-Ax zwar. Ich lasse dich mal auch weiter. Er lasse dich auch weiter. Aber du musst dich auch wieder mit deinen Spray. Es sind einige miese Skins dabei. Boah, was ist das? Illuminati-Rücken-Ax zwar sieht wild aus. Du bist so ein Schwitzer-Skin. Ich finde, dich braucht man in einen anderen Skin-Contest. Schwitzer-Skin-Contest. Ich muss dich leider töten. Du bist eine Schwitzer-Skin. Der nächste, Katzen. Ich finde das nicht süß. Ich tue mir leid, aber ich muss dich töten. Ey, ich hoffe, ich komme weiter, Digga. Ist dir auch nicht süß aus? Ey, die Bananenskins sind alle süß. Die Hasenskins sind alle süß. Aber ich bin auch nicht süß, Bruder. Ich finde dich nicht süß, also... Es tut mir leid. Oh nein, dein Gutschruber tötet auch schon. Digga, was? Bitte bewegt dich nicht. Das ist böse von dir. Das ist böse von dir. Und Leute, nervt den hinten nicht und so. Nervt bitte nicht. Ich bin der Letzte. Ich hoffe, ich komme weiter. Falls nicht, ich muss schnell meine Waffe nachladen. Du kannst weitergehen. Lerda-Skin. Lerda sind niedlich. Die sind immer böse von mir. Ah! Nein, tötet dich! Oh mein Gott, der wollte mich töten, Leute! Oh nein! Wieder, wieder der gleiche. Immer dieses... Immer Stream-Snipe. Ah! Der Red ist so süß! Oh nein! Ey, ich habe so ein schlechtes Gefühl gerade. Ich weiß nicht, wieso. Das tut so weh. Wir hatten so gute Skins und dann kommt so einer. Freunde, der Junge ist viel zu süß. Es tut schon so weh, ihn zu Stream-Snipen. Aber ich freue mich, ihm ein Skin kaufen zu können. Und zu sehen, wie er sich freuen wird. Und ich melde mich jetzt direkt in meinen anderen Account ein. Und Stream-Snipe ihn das letzte Mal mit meinem Main-Account, Buri. Mal schauen, ob er mich auch kennt. Salaam alaikum. Wir sind in der nächsten Runde drin, Leute. Jetzt ist das Thema Tiere. Bitte, keiner soll Stream-Snipen. Schon zwei Runden hat jemand Stream-Sniped. Und wenn jetzt noch jemand Stream-Snipe, dann rufe ich meine Mami. Also ich würde dann sehr sauer, dass meine Mami kommt und mir dann Ärger gibt. Und ich will, dass jeder landet in Frenzy-Farms wieder. Okay, Leute, wir gehen zu Frenzy. Er sagt, wenn er sauer wird und laut wird und rage, kommt die Mami und er bekommt Ärger. Wir bewerten diesmal anders. Wir bewerten erstmal die Skins, dann den Pick-Axe und dann Rücken-Axisbar. Wenn alles passt, dann seid ihr eine Runde weit. So ein Hund aus Metallkopf. Nein. Oh, nein, hat er nur gewacht. Katzen-Skin mit coolen Airpods. Mit coolen Airpods? Mit Katzen-Skin Airpods? Ich würde dich eine Runde weiterlassen für deinen Skin aus. Brr. Wer ist dieser Hund hier? Wer ist dieser Hund hier? Das bin ich. Oh, der nennt mich Hund. Du bist richtig böse. Du siehst richtig böse aus. Aber ihr habt alle Skin, ich bin No-Skin. Ihr habt so Glück. Ich liebe Chicken. Also, ja, du kannst weiter. Der Hund. Du siehst, du bist ein Tier. Deswegen, und ein Hund, deswegen, lass dich weiter. Bitte baut dir nicht. Oh mein Gott, ich hatte jetzt einen kurzen Moment. Das Gefühl, der tötet mich. Oh mein Gott, wenn er mich tötet, ne? Ich glaube, der wird mich direkt töten, Leute. Fangen wir bei denen an. Ich finde, deins, das passt zu den Eis. Oh mein Gott, meins passt gar nicht. Du bist ein Tier und hast ein Tier in deinen Rücken. Ein Pinguin. Deswegen, es tut mir leid. Ach, dein Mädchen. Fast farblich. Ich würde dich auch eine Runde weiterlassen. Ey, der kommt auch weiter? Oh mein Gott, jetzt bin ich dran. Immer wieder weiter. Sollen wir alles riskieren? Ich muss dich leider töten. Und ich finde, das... Was? Der wird mich töten, Digga. Oh mein Gott. Ist das... Ist das Buri? Leute, ist das Buri? Nein, ich bin da umgegangen, Digga. Was? Er hat meinen Namen nochmal gelesen. Als ob das der wahre ist. Oh mein Gott. Buri war da. Leute, erkennt mich. Oh mein Gott. Als ob du meinen Stream guckst. Und lad ihn jetzt sofort ein, Freunde. Er hat meine Anfrage angenommen. Wir laden ihn jetzt sofort in meine Gruppe ein. Hallo? Buri? Hallo? Wie geht's? Alles klar? Ob du der Echte bist. Ja, ich bin der Echte. Ja, ich hab dich zufällig entdeckt, Bro. Alles gut bei dir? Ja, bei dir. Du bist ein No-Skin, oder? Ja, ich bin ein No-Skin. Soll ich dir ein Skin schenken? Ja, aber ich würde mich dir den fallen. Dann hab ich ein Skin. Aber ich geb dir dann eine Pay-Safe-Karte, okay? Okay. Okay, komm, wir machen dir noch eine Freude. Ich sag den Jungs, dass sie bei dir vorbeischauen sollen, okay? Danke. Das war's mit dem Video. Schaut unbedingt bei Ekin vorbei. Macht ihm eine mega Freude. Den YouTube-Kanal von Ekin findet ihr in der Videobeschreibung. Macht ihm die 100 Abos voll. Lasst ihm den No-Skin glücklich machen. Neben meinem Kopf erscheinen noch weitere Videos von mir. Schaut sie euch unbedingt an. Haut rein und schaut rein. Euer Buri.